In der kleinen Tour beim internationalen Drei-Sterne-Turnier ein weiteres Mal Whisper von Lichten erfolgreich mit seinem Reiter Christian Schranz. Herzlichen Glückwunsch. Erzähl ein bisschen was über Whisper von Lichten. Whisper von Lichten, ich kenne das Pferd seit immer fünf Jahren alt ist. Ich war immer überzeugt von diesem Pferd. Ich konnte ihn seit heurigem, im April reiten. Er hat fantastische Sachen schon gemacht und er ist momentan in einer Überform und ich bin stolz, dass ich ihn reiten darf. Du hast letzte Woche mit dem Jahr hier den großen Preis von der Arena Nova gewonnen beim Ein-Sterne-Turnier, hast aber dann den ersten Mal in der kleineren Einlauf-Spring-Prüfung gezeigt, bist dort dritter geworden mit Whisper, zweiter mit Vega. Quarz von den Jumolen in der großen Tour. Gestern fehlerfrei, trotzdem unter Anführungszeichen nur der zehnte Platz. Ist es einmal eine Zurückhaltung des Reiters? Kommt der Angriff dann spätestens am Sonntag beim großen Preis? Der Quarz war im Prinzip auf der Europameisterschaft sein letztes Turnier. Das ist jetzt schon mittlerweile vier Wochen her. Jetzt hat er zu Hause nicht gesprungen. Jetzt wieder erste Runde Einlauf-Springen. Im wahrsten Sinne des Wortes einmal ruhig außenrum, vielleicht heute noch einmal außenrum und im Stechen einmal. Wenn wir ein Stechen erreichen sollten, dann werden wir angreifen. Wir werden es erleben, Sie zu Hause entweder oder wenn Sie hierher kommen in die Arena Nova zur 20. Apropos Pferd.